Was sind drin? Oho, Kashi. Oh, da hat er diesen Zopf. Anbu-Maske. Oh, die Anbu-Maske hat vier Stile. Tenzo, Kakashi, Anbu. Orochimaru. Er hat Konoha-Ehre, also Sanin-Version. Er hat ein Bildschirm-Insel-Ninjas. Ein Emot hat, der die Schlangen rauskommen. Ja, moin. Gaara. Fünfter Kasekage. Oh, Timeskip. Nicht so nice aus. Sandkürbis. Gerasandwolke. Steht da, das Paket beendet. Ein Ladebildschirm ausschließt. Ich Gaara kann Gaara Sandwolke nutzen. Ja, moin. Hinata. Ikura. Hm. Sumaki. Ah, Biokugan kann man aktivieren. Und deaktivieren. Hinatas Rucksack. Chinobi. Chinobi. Und. Ausrüstungspaket. Rasenschuliken. Ja, moin. Ihr Rasenschuliken. Dieses. Mit dem Windversteck. das kannst du mit jedem skin auswählen minatos kunai spätes kusanagi von oroshimago hier sind die noch mal so dass noch nänge gleiter bei mandor anstatt diesen gegenstand zu kaufen kannst du ihnen dir auch verdienen in den du an den sinindo herausforderungen teilnimmst registriert die ich hier habe ich mich registriert diese aufgaben sind so lästig die sind keine ahnung also es dauert so lange da gibt es noch eine lackierung akatsky kann man sich auch bei diesen herausforderungen holen maruto sitzt auch wieder drin so 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 taxifahrerin siegesrunde täglichen ok so 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 Okay. Okay. What's that? Okay. Zoha. 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 Vielen Dank.